Willkommen meine Freunde zu Orcs Must Die Unchained in der Phase 2, heute mit dem Sting Eye, unserem Arkan Schamanen. Und wir werden in die Defense Verteidigung gehen und deswegen werden wir uns mal anschauen, was wir hier reißen können. Lange, lange haben wir jetzt nicht gespielt. Und mal schauen, wie weit wir hier mit dem zurecht kommen. Mit mir in der Verteidigung die Smolder, so wie ich das sehe. Dreck hier Barrieren setzen. Barrieren sind wichtig. So, zack, zack. Schon mal Dreck hier gut verengt, Tor auf. So, mein Dingens ist, ich habe... Moment, ich muss gucken, wo. Ne, ist das Falsche. Verdammt. So. Also ich kann Totems setzen, auf die schieße ich und dann schieße ich auf alles andere, was drum herum läuft. Dann geben wir dir jetzt hier mal so eine Brennfalle noch. Was können wir denn hier sonst noch setzen? Ah, hier ist was Schönes. Da, zack. So, dann werden wir mal schauen, wie wir damit klarkommen. Ich muss jetzt wieder erst gucken, meine Taste ist schon ewig nicht mehr gespielt. Deswegen. Na, dann lädt uns was nach. Also die kriegen jetzt schön Schaden von mir. Na, explodiert, meine Freunde. Also, wie gesagt, immer ins Spiel reinfinden, ist immer schwierig. Also hier. Also oben ist Arkan, ja. Verstehe ich das richtig, ne? Ja. Okay. Gut, gut zu wissen. Ich möchte gleich nochmal so eine, hier so eine Falle setzen. Also die sind ja echt imba, die Fallen. Die werde ich auf jeden Fall setzen. Das werde ich mir aufsparen. Ich sollte mal eben Mana tanken gehen, beziehungsweise ich kann Radius zu Totemspeed. Plus 25% Hero Damage. Äh. Ja, klar, wir machen B. Wir sind ja immer noch, guck mal, jetzt kann ich die setzen. Wir sind immer noch dabei, ähm. Na, ihr wisst schon, ne? Wir sind immer noch dabei, uns Fallen zu besorgen. Ah, hier die Geschwindigkeitsdinger, die brauche ich auf jeden Fall. War das hier, ne? Dann setze ich den mal hier hin, genau so. Wenn ich jetzt hier stehe, kann ich, glaub ich, schneller schießen. Aber ich kann hier setzen, ne? So, und zack. Oh, oh, ich bin hier los. Ich muss hier weg, beziehungsweise meine Möhre zünde ich mal. Aber, das klappt noch nicht wirklich, da. Na, lauf mal durch. Und bumm. Alles weg. Oh. Also, es hat geklappt. Dann gehe ich direkt wieder, äh, tanken. Was machen die Leader Points? Ja, können wir denen eigentlich auch mal, äh, investieren. Also, wie gesagt, der Stinger ist auf jeden Fall auch ein, äh, Charakter, der bei mir Einzug, ähm, finden wird. Ins Spiel. Ne? Also, der gehört ganz, ganz fest, wird der dazu gehören. Mit Sicherheit. So, dann schauen wir mal, dass wir hier denen das Tor noch upgraden können. Aber warum die jetzt Minions reingetan haben, keine Ahnung. Also, ich muss jetzt auch wieder selbst schauen, dass ich wieder reinkomme. Schon ewig nicht mehr gespielt. Aber, das macht uns gar nichts. So, dann wollen wir erstmal gucken. Ah, hier steht noch unser Totem. War das jetzt das Obero oder das Untere? Ah, das Untere, das verdammte Axt. Okay, macht nichts. Ah, ich kann wieder in der Falle setzen. Ja, wunderbar. Und ich kämpfe schön am Guardian. So ist das richtig. Ah, schön hier Damage machen. Schön Damage machen. Also, die Smolder dürft ihr normalerweise keinen Stich sehen gegen uns. Ich hoffe es zumindest. Zack, da haben wir schon Dreck. So, dann werden wir hier. Was nehmen wir denn? Arkan-Dingens. Schneller als zwei Minuten. Ne, wir machen zwei Prozent. Wir machen hier natürlich hier T. So, also es läuft richtig gut. Mir macht das Ding wieder richtig, richtig Spaß. Schon lange nicht mehr gespielt. Also, ich muss auf jeden Fall sparen, dass wir den auch bekommen. Ich liebe den Stinger. Ich liebe ihn. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, welche Taste welche ist. Das ist so ätzend. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt eine schöne Dings. Jetzt können wir hier mal eine... Ne, können wir immer noch nicht. Ich hätte ja gerne gesetzt, ja. Aber ihr seht ja, die kommt hier nicht an uns ran. Die gute Frau. So, das ist unser Damage-Totem. Genau. So. Dann stellen wir uns da unten hin. Und dann werden wir da schön Schaden machen, so. Seht ihr, jetzt bin ich schnell am Schaden machen. Und so kann ich schön safe stehen hier und kann den Schaden machen. Seht ihr das? Schön den Leuten Schaden machen. Oh, unser Guardian ist weg. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber da gehen die alle drauf. Also wie gesagt, Sting-Eye ist schon geil. Sting-Eye ist geil. Aber hier noch eine kleine Bombe zünden. Und dann bumm sind sie weg. Wunderbar. Nice Stingy. Gut gemacht. Und da können wir wieder Fallen sitzen. Also wir haben ja jede Menge Fallenpunkte. Das passt. Das haut richtig rein. Also der Sting-Eye, der gefällt mir richtig, richtig gut. Leute, Leute. Er sollte auf jeden Fall in eurem Inventar auftauchen. So, guck mal, da kommen schon die ersten von uns durch. Jetzt werden wir hier nochmal verengen. Ganz klar. Hier werden wir den jetzt nochmal richtig Alarm machen. So, zack. Hier und... Kann ich noch eine? Ne, kann ich leider nicht. Schade. Dann werde ich die hier draufsetzen. Dann kann ich das Wort jetzt genau. Wunderbar. Ja, was soll's. Dann kommt jetzt hier wieder mein Totem hin. Mein schnelles Totem. Und dass ich schneller schießen kann. Und dann schön da drauf. Kein Problem. Dass wir schön in allen Richtungen Schaden machen. Wir hätten ja auch mal vielleicht testen sollen, dass wir schneller Schaden machen. Bis jetzt mache ich noch gar keinen Schaden. Weil ich schneller schießen kann man nicht. Ja, jetzt geht's los mit dem Schaden. Ja, Ivi, du kriegst sowieso auch einen Sack. Der ist da. Wunderbar. Immer schön drauf, da. Immer schön drauf. Und dann kommt man hier. Und dann läuft der hier in meine Bombe rein. Bumm. Und dann noch mal eine Bombe. Bumm. Macht das dann. Also die haben keine Chance. Das läuft richtig gut für mich hier. Richtig gut. Allerdings muss ich ehrlich sagen, und ihr merkt es auch an meiner Moderation, ich komme noch nicht wirklich ins Spiel rein. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ich besser ins Spiel komme. Aber, nicht wirklich. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. So. Kann ich hier noch was setzen? Nee, kann ich auch nicht. Ich würde gerne ins Spiel kommen, oder finden, aber ich komme nicht rein. Leider, leider. Aber das Spiel ist gleich schon wieder aus. Und hier diese Arkanen fallen, die sind richtig, richtig gut. Die sind richtig gut. Seht ihr da? Und ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt gleich schon ein anderes Dings aufmachen. So, schön einfach nur draufhalten. Den Rest machen wir dann. So, wir haben wieder ein Warcam abgegrillt. Dann müsste ich gleich mal ein paar Minions rein tun. So, dann stelle ich mal hier so ein Totem hin. Diese Totem sind ja nicht schlecht. Beziehungsweise, ich sollte jetzt hier gucken, was ist jetzt hier? Wo ist denn jetzt meine... Schnell, schön, dass wir hier Alarm machen. Richtig Alarm machen wir. Richtig Alarm. Seht ihr das? Wunderbar. Und wir haben gewonnen schon. Zwei noch. Kommen die noch durch? Ja, ich denke mal, die kommen durch. Ja, eine ganz, ganz schnelle Runde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, Morgs Must Die Unchained in Phase 2. Diesmal waren wir mit dem Stinger ein unterwegs und nächstes Mal geht es weiter mit dem Stinger ein. Bis dahin, tschüss, tschau und bye bye. Bis dahin.